Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce. Auf mein Schnell! Kämpft Männer! Jo, wir haben ein bisschen Gesindel gegen uns. Linien müssen halten! Dass hier der Gegentrum läuft. Mehr Feinde! Auf mein Befehl, der Aronius! Hier, verstärkt die Deckung! So. Und los! Vorwärts! Schließ die Reihen! Also ja, erst die Lucien loswerden. Schließ die Versteckung! In die Schlacht! Die Ruhle befehlt. Wir sind sofort ausgeführt. Weil wir sind auf dem Weg zurück nach Shaldun. Oder hat noch Lopgap. Für die Freiheit! Was wünscht die Ruhle? Alles klar! Kriegt Verstärkung! Oh, da kommt der. Sie sind überall! Ich habe keine Angst! Schlagt sie zurück! Steh bereit! Kommt schon wieder ein Magier. Für das Licht! Schlagt sie zurück! Die Ruhle spawnen ja teilweise hier recht schnell. Die Ruhle ruft! Für die Ruhle! Ich habe keine Angst! Aber zurückgehen ihre Hütten schnell da. Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Schließ die Reim! Schließ die Reim! Und ja, ein gutes hat der Ruhle befehlt. Halte durch, Männer! Zu Befehl! Auf dem Weg! Sie gibt noch ein bisschen Erfahrungspunkte, die Kerle. Hier, das ist eine Finderheit! Schlagt sie zurück! Schließ die Reim! Ja! Zur Ehre Aronius! Feindlicher Angriff! Dann halten Männer! Ja, sie wissen auch sehr schnell irgendwie. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, reißen wir schnell die Hütte an! Rodenkrieger zu mir! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen, Männer! Verstärkt die Deckung! Okay, da ist noch ein Axtkämpfer rausgekommen. Auf mein Kommandos! Kämpft, Männer! Und ja, unsere Aufgabe ist es ja, das Tor zu öffnen und das Portal zu erreichen. Magier schüttet Hartley dabei. Und los! In die Schlacht! Nebenbei, ich habe ihn... Beim Ränder gesehen, ja genau, der da. Oh, dafür brauchen wir noch ein Level. Hier! Für die Rune! Auf mein Befehl! Stehe bereit! So, das letzte Haus hier abreißen, also die letzte Wolfshütte. Verstärkt die Deckung! Ja, vorwärts! Schnell! Gut. Mir nach! Folgt mir! Und ja, die Bogenschützinnen, die lasse ich da stehen. So als letzte Überlebende. Auf mein Befehl! Wenn ich das nächste Level erreicht habe, wird es eh... Nein, das müsste das übernächste Level erst sein. Dieses alte Beuwerk ist verschlossen. In den sehr vielen Verzierungen befindet sich eine spinnenförmige Vertiefung. Den Spinnenschlüssel des Geistes verwenden. Das Schlüssel gleitet ins Schloss. Sehen wir die Spinnenbeine, falten sich und greifen in die Vertiefungen. Mit einer Drehung kann das Schloss geöffnet werden. Bereit! Auf meinen Befehl! Schnell! Sofort! Und los! Und los! Vorwärts! Okay, erstmal die Eis-Elementare hier oben. Oh, wieder Skelette. Auf meinen Befehl! Oh, das sind viele Eisdiener. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstanden! Alles klar! Verstärkt die Deckung! Schürt sie zurück! Steht mir bei! Mehr Feinde! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Geister! Steht mir bei! Okay, ich sollte einen von denen einreißen! Wohnenkrieger zu mir! Du bezwingst mich nicht! Verstärkt die Deckung! Ich habe keine Angst! Vorsicht! Wohnenkrieger zu mir! Du bezwingst mich nicht! Gehen! Merke ich gerade auch so! Sie sind überall! Bereit! Folgt mir! Sie sind überall! Vorwärts! Taktischer Rückzug! Folgt mir! Schnell! Bereit! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen! Für die Rune! Verstärkt die Deckung! Das ist ein Hinterhalt! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Schnell! Schlagt sie zurück! Und los! Okay, weiterer Rückzug! Au! Muss ich ganz ehrlich sagen, au! Sofort! Du mach mal die Aura aus, dass du schneller Mana regenerierst! Ja, jeder von den Dingern bringt drei neue hervor! Das heißt, ich sollte gucken, dass ich mindestens einen einreiß! Ja, hier oben ist auch noch eine Truhe! Jetzt muss ich allerdings darauf warten, dass meine Heroes alle wieder ankommen! Du kannst das Geräte beschwören! Dann mach das mal! Ein bisschen mehr! Zu euren Diensten! Ein bisschen mehr Unterstützung für dich! Hier, schnell! Und los! So, sind alle wieder da! Und los! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Unverzüglich! Auf dem Weg! Die Arme! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sprecht! Wie die Rune geblühtet! So! So sei es! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Stehbereit! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Alles klar! Haltet durch! Haltet durch, Männer! Unverzüglich! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten! Die Rune ruf! Zu Befehl! Äh, nehm mal das hier aus. Zur Ehre, Aonir! Meine Ahnen rufen nach mir! Feindlicher Angriff! Schnell! Dich mal kurz so heilen! Bereit! Vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Geister! Geht hierbei! Sie sind überall! Sie sind überall! Du willst mich nicht sehen! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Sie sind überall! Unverzüglich! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Zu euren Listen! Alles klar! Ich habe keine Angst! Zu Befehl! Sie sind überall! Schließt die Reihe! Zu Befehl! Vorwärtskrieger! Mehr Feinde! Haltet durch, Männer! Verstanden! Alles klar! Ich habe keine Angst! Meine Ahnen rufen nach mir! Ja, das ist ein totales Chaos! Haltet durch, Männer! Okay, sie ist jetzt auch gestorben! Feindlicher! Steht mir bei! Schickt Verstärkung! Hier! Zum Angriff! Schickt Verstärkung! Mein Zeichen! Und los! In die Schlacht! Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt! Schnell! Für die Rune! So, jetzt gibt es noch einen Knoten hier. Stehe! Verstanden! Meine Ahnen rufen nach mir! Meine Ahnen rufen nach mir! So, reiß ich mir den Knoten noch ein. Schickt Verstärkung! Bereit! Zum Angriff! Ich habe keine Angst! Auf meinen Befehl! Wir werden angegriffen! Schnell! Für die Freiheit! So, einer ist noch respawned! So, einer ist noch respawned! Den können wir aber auch nicht machen! Dann halten Männer! Du bezwingst mich nicht! Ja, dann haben wir schon wieder ein gutes Stück zu Level 18 gemacht! Schickt Verstärkung! Ohne ist klinge! Ohne ist klinge! Kristallwinterburgen! Oh! Jetzt... Ohne ist der Felsentrum! Ohne ist der Felsentrum! Und den Jeremughunenstein! Hey! Folgt mir! Vorwärts! Hoffentlich ist es da oben Sieht aber nicht danach aus Als ob hier irgendwo ein Seelenfels ist Und los Wir hoffen es aber trotzdem Dann können wir nämlich zurück zum Folgt mir Maskierten Und uns den Klingenweber holen Sofort Für die Rune Schließ die Reihen Auf meinen Befehl Folgt mir Vorwärts Hier Folgt mir Für die Freiheit Blutsuche Okay Skelettwache Annetor Hier sind noch ein paar Untote